Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von H1Z1 King of the Kill. Ich überlege mir gerade wo, ähm, da rechts schwirrt auch noch einer rum. Ähm, wir nehmen am besten irgendeinen Spot, der relativ safe ist. Ähm, irgendwo abseits. Weil wir ein bisschen Glück haben, finden wir da vielleicht sogar noch einen Outi-Touti. Denn, ich habe natürlich mal wieder ein paar Probeaufnahmen gemacht und habe gnadenlos verkackt. Denn ohne Auto ist, äh, nicht schön. Aber guck mal, wir haben schon mal so einen dicken Brustäumel. Jetzt sehen wir aus wie so ein Guerillakrieger irgendwie mit dem Teil. Und so, Helmchen, das ist auch was Feines und das ist auch was Feines. Eigentlich haben wir jetzt, wir haben alles was wir brauchen fürs Erste. Ähm, und ich glaube so eine Schutzrüstung hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, aber wir gehen trotzdem mal um die anderen Dinger durch. Eine Auto gibt sie eh nicht. Heißt, wir dürfen gleich sowieso quer durch die Pampe latschen. Die Butterbrotbox kommt auch wieder mit. Na los. Ähm, wir dürfen gleich eh wieder quer durch die Pampe latschen. Und müssen gleich sowieso mal klubschen, wo wir überhaupt hingehen müssen. Ähm, 43 Sekunden wird es nämlich erst freigegeben. So eine kleine Knipse wollen wir nicht haben. Aber das wollen wir haben. Ähm, ich glaube unser Helm ist sowieso besser als ein Motorradhelm. Also ist das Wurst. Das Ding kann da liegen bleiben. Da waren wir noch nicht drin, glaube ich. Na komm. So, haben wir was Feines? Einen alten Rucksack haben wir da. Ähm, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Links hauen sich die Leute wieder ordentlich auf den Sack. Noch ist das Ding nicht draußen. Noch wissen wir nicht, wo wir hingehen müssen. Ähm. Wir könnten natürlich. Hm. Ja, wir müssen ja irgendwie in die nahegelegene Stadt. Ohne Auto ist halt echt nichts Feines. Da gehe ich immer drauf. Ein Sekündchen. So. Okay, wir sind genau drin. Und da unten ist die Kirche. Dann versuchen wir mal. Ob wir vielleicht zur Kirche hinkommen. Ähm, obwohl ich irgendwie relativ sicher bin, dass da schon irgendjemand rumgeäumelt ist. Und sich den feinen Shit eingeheimstert. Aber egal, wir probieren es mal. Ähm. Was soll schon schief gehen? Außer, dass auch diese Aufnahme wieder für einen Sack ist. So, es ist schon mal unter 100 Leuten. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Da steht jetzt immer 545, 500 bla pro Kill. Seien es die Punkte, die wir kriegen können. Wenn wir jemanden umbringen. Aber umbringen ist ja eh nicht so unser Ding. Wir verstecken uns ja meistens erst. Und lassen sich die Leute gegenseitig auf die Oma hauen. Was taktisch eigentlich auch gar nicht so doof ist. Was liegt denn da hinten für ein Plunder rum? Ist da auch noch eine Campingstation? Oder ist das nur ein Baum? Ist ein Baum, wie auch immer, der da hinkam. Ähm, alter Rucksack. Und noch eine Brotbox. Okay, die kommt mit. Mehr gibt's nicht. Wo ist denn die? Wo, wo? Da hinten ist sie. Da hinten ist sie. Okay. Da ist doch jetzt bestimmt Party, oder? In der Kirche ist doch immer was los. Und wenn da gerade nichts los ist, dann war da doch 100 pro schon mal einer. Na egal. Besser da versauern. Da können wir am besten gleich bleiben. Sterben wir wenigstens auf Heiligen Gron. Oh shit. Hallöchen. Hat der Lust? Nö, der hat keine Lust. Der ist wieder weg. Okay. Wie gesagt, ohne Auto hat man immer einen leichten Vorteil. Aber auch einen Nachteil, weil jeder dich halt auch auf die Entfernung sehen oder hören kann. Und mit unserem wunderschönen gelben Tanktop. Und sieht natürlich niemand. Und die pinke Rose, die hilft auch noch. So, bleiben wir jetzt erstmal. Bleiben wir lieber erstmal kurz hier. Ist die Frage. Wollt der Typ jetzt auch hier runterfahren? Oder macht er nur gerade eine kleine Tour? Und will gar nicht hier hin. Ich weiß, das ist alles relativ offen hier. Und uns sieht jetzt wahrscheinlich jeder, der hier irgendwo rumäumelt. Aber ist jetzt egal. Ein bisschen Auction muss sein. Die Tür ist auf jeden Fall schon mal auf. Das ist nicht gut. Hallo? Bin da. Wer noch? 67 Leute noch übrig. Wir machen mal lieber das Türchen zu. Dann hören wir das vielleicht wenigstens. So, wir nehmen auch mal die Klamotten mit. Dann können wir die wenigstens schreddern. Und schönere Schuhe anziehen. Denn Klamotten sind natürlich das A und O, eine Apokalypse. So, aber hier liegt auch nichts Schönes mehr rum. Oder links ist die Tür schon auf. Oh Backe, ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Da rechts ist auch die Tür schon auf. Der ist, wenn wir Glück haben. Die Tür auch wieder zu. Wenn wir Glück haben, dann ist hier sowieso keiner mehr. Ist da ein Ausgang? Da ist ein Ausgang. Okay. Oh, aber da liegt noch was Feines. Da liegt... Obwohl der da durchgegangen ist, hat er keinen Bock darauf gehabt. Oder spawnen die Sachen jetzt schon neu. Ähm, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das wollen wir haben, das wollen wir auch haben. So. Dann haben wir jetzt wenigstens nicht nur die Ola AR. Sondern auch noch was für einen Nahkampf, was wir dann wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Aber die Frage ist, wohin jetzt? Ich hab auch keinen Bock jetzt hier drinnen zu versauern. Und wir sind aber noch in Sicherheit. Hm. Da links ist noch so ein komisches Camp. Aber ob das so eine geile Idee ist, in die Stadt können wir eh nicht mehr gehen. Das ist viel zu weit weg. Als wir da angekommen sind, ist die Zeit schon längst abgelaufen und wir verrecken an der Gülle. Und darauf hab ich auch keinen Bock. Aber dass hier gerade keiner rumläuft, das überrascht mich. Und ich hab auch noch keinen Beutel gesehen. Keinen Toten, kein gar nichts. Das ist irgendwie untypisch. Aber die Sachen sind alle auf. Das heißt, hier muss irgendwo jemand sein. Also hier war auf jeden Fall mal irgendwann irgendjemand. Am besten... Was war das? Ist da gerade jemand vorbeigefahren? Nein, hab ich ja schon wieder auf Flugzeug. Aber noch gibt's, glaube ich, keine Bomben. Ich glaub, die Bomben kommen erst im kritischen... Im kritischen Zeitraum. Vielleicht bleiben wir am besten erstmal hier. Machen wir ein kleines Päuschen. Toastnuss... To-to-to-to-to-to-to-to-to-to-tosten. Äh, tosten. Hier, unser Toastbrot. Und bewegen uns so wenig wie möglich. Denn jetzt da draußen rumzulaufen, ganz im Ernst. Wir könnten natürlich noch nach einer Waffe suchen. Aber ich glaube... Umso weniger es werden, umso mehr dämmen die sich natürlich alle auf einem... In einem Radius ein. Und dann haben wir mit unserer Ausrüstung, obwohl ja, wir haben wenigstens eine Rüstung, ne? Wir haben eine kleine Chance, aber bei der Chance musst du nochmal 90% abziehen. Weil ich schieße wie ein betrunkener alter Mann. Das Flugzeug ist brav, oder? Das tut uns nichts. Das fliegt sowieso vorbei oder droppt wahrscheinlich gerade wieder so ein Airdrop. Aber den wollen wir nicht haben, der ist egal. Obwohl ein Sniper echt mal was Feines wäre, denn am Ende wird man sowieso immer von denen umgebracht. Oh shit. Okay, aber der fährt weiter. So ist es fein. Vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir irgendwo, das ist mir da nicht, nicht fein genug. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ach, das sind sogar zwei Dudes. Der eine hat sein... Ähm. Okay. Ist der tot? Ne, der ist ins Auto eingestiegen. Der... Der Quad-Fahrer hat den Autofahrer getötet. Hat sich die Karre gemobst. Ach du Scheiße. Oh Backe. Geil. Das hier ist natürlich ein super Ort zum Sterben. Hier kann man gleich liegen bleiben. Hier kann man gleich liegen bleiben. 42 Leute noch übrig. Ähm, ich würde ganz gern... Hier müsste doch irgendwo ein Beutel rumliegen oder so. Von dem Typen. Der Quad würde ich eigentlich auch ganz nehmen, aber ich glaube, wenn... Oh shit. Oh shit. Komm Leute, fahrt einfach weiter. Fahrt einfach weiter. Da hinten fährt auch noch ein Polizeimann her. Der biegt da unten ab. Können wir... Können wir... Komm bitte. Da ist kein Schlüssel mehr drin, oder? Das hab ich irgendwie befürchtet. Scheiße. Oh shit. Aber die machen da unten Party. Kappes. Nee. Nee, komm. Nö. Nö, nö. Schießt der überhaupt auf mich? Nee, der schießt da hinten. Da schießt der rum. Können wir den vielleicht wegsnacken? Der haut jetzt schon wieder ab, oder? Am besten wieder in unseren sicheren Bunker. Aber die... Die haben uns alle überhaupt nicht bemerkt. Auch die, die vorbeigefahren sind. Ich glaube, die waren so mit sich selbst beschäftigt. Die hatten gar keine... Da kommt schon wieder einer. Die hatten gar keine Zeit für uns. Aber wir haben wenigstens bei dem einen Typen einfach mal ein bisschen draufgerockt. Aber der ist ja dann sofort wieder abgaune Typ. Ähm. Das hat nicht so viel gebracht. Den hätte ich eigentlich ganz gern weggesnackt. Der hätte dann bestimmt auch einen Autoschlüssel für uns gehabt. Und hätten wir uns das Auto von dem anderen mopsen können. Das wäre ganz... Das wäre ganz fies gewesen. Aber nein. Darf nicht sein. Aber was haben die denn da gemacht? Achso, die haben sich den geteilt. Okay. Wir müssen irgendwo hin. Wir können nicht hier hocken bleiben. Wir können nicht die ganze Zeit hier in dem Schimmelbunker hocken bleiben. Da ist irgendjemand in Luft geflogen. Komm, während die da... Die hauen sich ja gegenseitig auf den Sack. Und da links steht auch noch ein Auto. Aber da will ich jetzt nicht hin. Das geht sonst nicht gut aus. War da schon jemand drin? Nein, das ist noch frei. Oder da sitzt gerade einer drin. Aber was soll's. Pass auf. Ich hab da... Ich hab da ne Idee. Ich hab da ne feine Idee. Erstmal wieder zumachen das Teil. So. Wir nehmen jetzt auch die ganzen Stoffklamötchen mit. Ähm. Und zerreißen die. Dann können wir uns davon nämlich schon mal Bandagen machen. Und dann sieht das Ganze nur noch halb so scheiße aus. Wir kriegen das schon hin. Und das wird schon. So. Neun Stück dabei. Okay. Wir wurden bis jetzt noch nicht einmal angeschossen. Aber auf uns hat ja auch noch keiner geschossen. Ich glaub, die haben uns echt alle nicht bemerkt. Hinter dem Grabstein da. Weil wir ja die Autos so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Die fünf Läutchen da. Da hinten fährt wieder einer her. Der fährt jetzt aber zurück zum... Der fährt jetzt zurück zur Kirche. Okay. Dann nutzen wir die Chance und rennen eben runter zur Militärbasis. Auch wenn das... Auch wenn das fies ausgehen kann. Aber ich glaub, wenn wir irgendwo noch was Feines finden, dann da unten. Denn in der Nähe ist ja nichts anderes mehr. Die Stadt, die ist viel zu weit weg. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr da hin zu laufen. Wir probieren's am besten damit. Auch wenn ich glaub, dass da bestimmt mindestens einer irgendwo rumwuseln wird. Das wär sonst viel zu einfach. Aber wir sind jetzt auch ein bisschen besser getarnt mit unserem Rucksack und so. Im Notfall schmeißen wir uns einfach hin. Und stellen uns tot. Da rechts fällt grad noch einer her. Oh, Bäckchen. Schnuffler und wo bist du? Da hinten ist er. Okay. Am, am, am... Am See. Aber der kommt nicht, oder? Also entweder der war da schon oder der hat genauso viel Angst wie ich. Wir laufen erstmal den kleinen Hochstand da ab. Und dann gehen wir hinten rein. Ich hab keine Ahnung, was mich da erwartet und ich will's auch nicht wissen. So, wie sieht's hier aus? Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Hier gibt's überhaupt nichts. Also unten jedenfalls nicht. Oh, shit. Okay, das T-Shirt, das kann mit. Einen Helm brauchen wir nicht. Und die kleine Softair da, die können wir auch da liegen lassen. Okay. Irgendwo noch. Irgendjemand da. Ich seh das. Ich werd am Ende wieder weggesnipert. Es ist immer das Gleiche. Auf ne gewisse Art und Weise wird man ja belohnt, wenn man zu dem... Wenn man zu dem Airdrop geht. Ich hab das ja in der letzten Folge versucht. Da kommt sofort die Bombe runter. Also entweder du wirst belohnt und hast ne feine... Da geht schon wieder irgendwas in die Luft. Und hast ne feines Sniper und damit rockst du dann am Ende. Oder du kriegst ne Bombe auf den Kopf und jeder lacht dich aus. Vielleicht sollten wir's echt mal versuchen. Beim nächsten Mal. An die Box ranzukommen. Und damit unsere Chancen zu erhöhen. Aber... Ich bin ja sowieso kein Profi. Was ist denn mit den Zelten los? Sollten die nicht eigentlich auf sein? Die waren doch sonst beim letzten Mal weiter noch auf. Gestern hat das doch noch funktioniert. Ähm... Die sind alle zu. Was haben wir hier? Die haben wir gar nix. Totes Gesuffer. Ach doch, da ist was feines. Okay. Na, okay. Genau danach haben wir gesucht. Wir haben zwar nicht so viel Schuss, aber das sollte für ein, zwei Leute. Falls es dazu kommt, soll das reichen. Haben wir da auch noch? Ne, ist ein Bogen. Den wollen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Da ist nix drin. Und da sind nur Olle Schuhe. Und da ist auch nix drin. Und da waren wir gerade okay. 19 Leute. Und 19 Leute. Also ich glaube, das wäre echt Glück, dass uns da keiner gesehen hat. Die hätten uns locker flockig umhauen können. Auch der Polizist, der hinter uns hergefahren ist. Der hätten uns einfach umrunden können. Aber ich glaube, uns hat wirklich keiner gesehen. Weil die alle nur mit sich selbst beschäftigt waren. Ähm, nochmal eben hier gucken. Weil die haben auch gerade nur Glück. Und hier wurde schon alles leer geräumt. Aber da hinten bei den Käfigen hat halt keiner geguckt. Ähm, das ist nur die kleine. Die brauchen wir nicht. Jaja, das ist gar... Oh, ein Beutelchen. Guck mal einer an. Ähm, was schönes, was schönes. Eine schöne Kappe. Eine Mütze mit Skin. Äh, ja, oh, Schuhe. Hauptsache Schuhe und Rohr. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich würde da hinten schon wieder ein Auto herfahren. 15 Sekündchen, dann geht's los. Hier haben wir aber auch nix mehr. Ne, dann haben die da rechts... Ne, auch nicht. Auch nicht. Dann haben die das hier echt schon leer geräumt. Dann war ja wirklich einer. Und den Beutel von Ihmchen hat auch schon irgendjemand leer geräumt. Oh, wei. Na, egal. Wir haben es versucht und wir haben ja was bekommen. Zum Glück ist hier die Mauer schon offen. Sonst hätten wir uns einmal quer um den ganzen Eumen drum rumlaufen müssen. Ähm, jetzt ist nur die Frage. Da hinten ist ein Airdrop. Ja, hinten ist ein Airdrop. Wollen wir da hin? Wahrscheinlich nicht. Nicht ohne Auto. Da kommen wir eh zu spät an. Ähm, ist die Frage... Was machen wir jetzt? Woran hat das gelegen? Fragt man sich immer, woran das gelegen hat. Wo gehen wir jetzt am besten hin? Ähm, wir haben keine Deckung hier. Kann uns jeder Lurch... ...einfach abholen. Oh Mann, 17 Leute. 17 Leute ist zum Glück nicht mehr ganz so viel. Aber wenn der Raum enger wird, dann ist es sowieso egal. Da rechts ist auch noch was. Ähm, wollen wir da hin? Wollen wir da hin? Da ist doch bestimmt was los, oder? Das wäre, glaube ich, keine gute Idee, oder? Also machen wir es. Keine gute Idee ist mein zweiter Vorname. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Ähm, was könnten wir noch gebrauchen? Ein bisschen mehr für die Arkano. Ich sammle ja immer so viel. Und am Ende brauche ich das dann sowieso nicht, weil irgendjemand von hinten kommt. Und mir die Rübe wegpustet. Da bringt das ganze Gesammel auch nichts. Äh, toll. Da kommen wir eh nicht durch. Okay, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber hier war eh schon irgendjemand. Hat alles gemobst. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwelche Schritte. Man wird total paranoid bei dem Spiel. Nicht gesund. Nicht gesund. Oh, aber da liegt noch Munition für die Shotgun. Und hier ist auch keiner mehr drin. Warum haben die alle keine Lust auf die Shotgun? Das lassen die alle liegen. Ist die etwa doof? Den Molotov nehmen wir auch noch mit. Den süßen. So, mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Die Waffe können wir auch nicht gebrauchen. Hm. Keiner da. Okay. Wie sieht es hiermit aus? Da war auch schon jemand drin, oder? Ja. Wahrscheinlich. Habe ich gerade die Tür zu gemacht? Ich glaube schon. Ähm. So, die Schuhe kann man eigentlich zerreißen. Die werfen wir weg. Das kann man alles zerreißen. Und das auch. Jetzt haben wir so viele Bandagen. Die kann man auch im Leben nicht benutzen. Aber egal. Egal. Hauptsache vorgesorgt. Falls wir nachher, und dazu kann es gut kommen, falls wir nachher wieder in der grünen Soße landen und da dann rauslaufen müssen, weil die uns irgendwann einholt, dann kann das nicht schaden, wenn wir noch so ein paar Pflaster in der Tüte haben. Dann ist das eigentlich ganz gut. Ähm. Da rechts. Ist das ein benutzbares Auto, oder ist das ein Autounfall? Ich glaube, das ist nur ein Autounfall. Okay. Pfeif drauf. Pfeif drauf. 14 Leute noch. Wir müssen jetzt ein bisschen auf safe spielen. Und nicht mehr in diese öffentlichen Gebiete rennen. Am besten immer hinter irgendwelchen Bäumchen oder Steinchen bleiben. Obwohl wir hier bestimmt auch nicht alleine sind. Das wäre viel zu einfach. Aber ich sehe auch niemanden. Und es kann sein, dass wir gleich, gleich müssen wir uns sowieso ein bisschen bewegen, weil das Zeug dann näher kommt. Aber wir versuchen mal, uns annähernd am Rand zu halten. Damit keiner von hinten kommen kann. Aber da ist auch nichts los. Hm. Beim letzten Durchgang, da haben sich die Leute alle in Häuschen versteckt. Weil das Endgebiet halt in der Stadt war und die Leute haben sich da ein einzelnes Häuschen gesucht. Aber die Leute, die jetzt gerade noch leben, tuckern wahrscheinlich alle mit ihrer Möhre durch die Gegend. Oder sitzen echt noch da hinten drin. Obwohl das jetzt schon in der Zeit wäre, die Bude da hinten zu verlassen. Wenn die grüne Sulze kommt. Ist egal, ist egal. Wir müssen uns ein bisschen bewegen. Am besten direkt in den nächsten Wald da. Und ein bisschen auf das rechte Häuschen achten. Oh Mann. Ich glaube, ich habe noch nie bei einem Spiel, es ist immer wieder das Gleiche, ich glaube, ich habe noch nie bei einem Spiel immer so viel Muffensausen gehabt wie hier drin. Ich weiß ja gar nicht, wie es sich anfühlt, Erster zu werden. Kriegt man dann was Feines? Oder kriegt man dann so eine olle Box, für die man eh wieder drei Euro bezahlen darf? Das wäre nämlich ziemlicher Beschiss. Aber es ist ja egal. Einfach nur für das Gefühl für die Ladies einmal Erster sein. Unbedingt. Dann sind wir der Hengst. Okay. Wir stehen, glaube ich, genau an dem gesunden Rand. Genau an dem unteren rechten Eckchen, in dem man auch stehen darf. Und da hinten sind auch wieder Berge. Och, nö. Keine Berge. Zwölf Leutchen noch. Wenigstens Zehnter werden ist immer mein Ziel. Wenigstens Zehnter. Da hinten ist gerade keiner. Da kommt doch gleich irgendjemand mit einem Auto von hinten angefahren und bretst mich um. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock zwei Minuten dreißig hier nur unter dem Steinchen stehen zu bleiben. Oh, Bäckchen. Acht Leutchen sind nur noch übrig, meine Lieben. Acht Leutchen. Und wir stecken immer noch hinter unserem kleinen Stein. Aber ich sehe nirgendwo irgendjemand. Die müssen irgendwo ganz am Ende sein. Ich höre auch keine Schüsse oder sowas, wenn die Leute sich gegenseitig umbringen. Ich höre gar nichts. Und ich versuche die ganze Zeit darauf vorbereitet zu sein, dass irgendwo irgendjemand von hinten auftaucht. Aber da hinten ist gleich das Gebiet. Okay, die hocken vielleicht alle in dem Häuschen. Hm. Egal. Ist auf jeden Fall sicher, dass wir nicht hier bleiben können. Das endet sonst nicht gut. Ich hoffe, ich latsche jetzt auch in die richtige Richtung. Ich habe keine Lust, wieder im Rauch drauf zu gehen. Das ist der peinlichste Tod überhaupt, gleich nach der Bombe. Aber die hat wenigstens noch Humorfaktor. Im Gegensatz zu dem grünen Zeug. Zwei Sekündchen. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir gebacken. Ähm. Okay, da ist noch einer tot. Sieben Leutchen. Sieben Leutchen. Wir sind so weit gekommen durch gar nichts tun. Ja, okay. Wir haben ein bisschen taktisch versteckt hinter Grabsteinen und den Friedhof entwürdigt. Aber sonst haben wir nicht viel gemacht. Aber ist ja auch ganz gut. Man kann auch mit der pazifistischen Variante zum Kriegslord werden. Das geht ja auch alles. Da kommt schon wieder so ein Flugzeug. Schön fein sein. Leg deine Kirschen nicht irgendwo anders ab. Sechs Leute noch übrig. Oh, ähm. Hallo, mein Freund. Gott sei Dank standen wir nicht mehr da hinten hinter dem Stein. Aber wo ist denn der? Ist jetzt gerade in die grüne... in die grüne Wolke gefahren. Der ist weg. Oh, der ist weiter nach rechts gefahren. Ich hab's nicht gesehen. Geht's um den Sicherheitsbereich? Jo, langsam wird's knapp. Langsam wird's echt ungesund. Aber mir kommt das Gebiet irgendwie größer vor als sonst. Ich hatte sonst mal sechs Leute übrig und das Gebiet war schon winzig klein. Aber diesmal hält sich das noch in Grenzen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich darf das Spiel echt nicht mehr alleine spielen. Könnte auch in der Nacht wieder nicht schlafen. Okay, wir müssen gleich mal... Ich hab Angst vor dem Typ mit dem Auto, aber wir müssen gleich mal weiter. Na, wenigstens ist schönes Wetter. Wie meine Oma sagen würde. So, komm. Da, nicht, nicht. Hat er überhaupt was abgelegt? Jo, er hat was abgelegt. Okay. Das heißt, hier standen wir eigentlich ganz okay. Und der Autofritze ist auch nicht mehr da. Wo auch immer der hin ist. Kann uns eigentlich egal sein. Okay, da ist der Berg und da ist das Haus. Oh, shit. Noch kurz den Flieger abwarten. Legt der was ab? Na? Nö. Irgendwie nicht. Na, vielleicht macht er das auch da hinten. Okay, wir müssen weiter. Ähm. Auf dem Berg. Ist eine blöde Idee, weil wir nicht wirklich auf die Ferne schießen können. Ich hab schon Probleme damit, einen Typen zu treffen, wenn er einen Meter vor mir steht. Das Ganze muss man ja nicht noch provozieren, ne? Das heißt, weiter der Taktik folgen. Erstmal brav von Steinchen zu Steinchen. Wie eine dicke, fette Keller-Essel. So, machen wir das. Sicherheitsbereich. So, jetzt kommt auch mehr von dem Zeug wieder runter. Oh Mann, hoffentlich sind wir ja noch im Kreis. Wir sind ja relativ weit weg jetzt von der Straße. Das müsste eigentlich hinhauen, oder? verbreitet sich, ja. Der Automan, der müsste doch eigentlich, ich denke mal, da hinten ist jemand, aber es sind die Blätter, die runterfallen. Der Automan, der müsste doch gleich eigentlich da hinten irgendwo aus dem Nichts rausschießen. Puh, komm Gas, nicht zu, nicht zu tief, Rüdiger, nicht zu weit. Nicht zu nah. Ne. Ne, nicht gut. Nicht gut. Auf dem Berg. Na, klasse. Ähm, wie? Was? Nee. Ich habe doch gesagt. Jetzt darf es aber nicht so zu Ende gehen. Nicht so. Aber wir können es unterwegs natürlich nicht heilen. Oh, kappes Scheiß, kappes Scheiß. Komm. Gott sei Dank gibt es jetzt recht wenigstens den Pfeil da. Das gab es früher noch nicht. Da musste man immer schätzen, je nachdem, wo dieses rote Ding da unten aufblöppt. Oh, verdammt. Wie weit ist denn das? Hä, das kann doch gar nicht so weit sein. Ich dachte, ich stand da schon drin mit der Ecke. Da muss ich mich ja total verfahren haben. Okay, hier ist aber wieder gut. Ganz schnell. Hier sieht uns bestimmt auch keiner. Ähm, da ist der Autodude. Hallo mein Freund. Aber der hat uns nicht gesehen. Der hat uns gesehen. Spontan hat er uns gesehen. Oh, kacke. Oh, shit. Na, komm, Schnuffi. Ja. Huh. Meins, alles meins. Da cool hat er. Ja, das war aber nice. Nice. Was hat Oma euch gesagt? Ein Sniper wird es sein. Nee. Ich hatte gerade einen feinen kleinen Selbstbewusstseinsboost, weil wir den Typen umgebracht haben und das war ja schon hoch der Gefühl, aber machst du nix. Machst du nix. Bis zur nächsten Folge von King of the Kill. Turului. Die Herrschel-Watten von King of the Kill. Die Herrschel-Watten Die Herrschel-Watten Die Herrschel-Watten losgeUPt noch Ich will sing die Hoffnung mit dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017